hallo bundeslieder fans hier ist Timo Hampel von ich Auffahrung habe im fußball habe natürlich in der bundeslieder ist natürlich fair abläuft also da hier ist der winn und verliert hoffen wir haben spaßigsten turnier und sowas erstnimmt wenn kein erstnimmt ist kein fußball mehr ist kein profispieler der profspieler muss ja fair sein und noch so da hier gewinnt und verliert und warum mit haben hilft auch dies gar nichts wir lassen da rum mit das denn wer kein profspieler ist ja euch klar überdurchsicht wenn da nur rum erleden handspiel haben will dem fußballer sehe ich leider vor ich bin einer Erfahrung im fußball fair spiele und noch so da ich verliere und noch so da ich gewinne und mir ist noch so da ich eine ungeschehen mache und mir ist noch so da ich verliere hoffen wir haben spaßigsten turnier und respekt wo es in der bundeslieder sind in der bundeslieder den mal fertigsten match tolle fährt 19 lang hier gewinnen immer bayern weil wenn immer auf und dort immer auf gewinnt es hat spaß mehr dass man auch anderen auch gewinnen die anderen nicht immer den besten deutschland fahrern hat bayern und dortmund fahrern hat gewinnt nur noch es zahlt spaß mit respektive und anderen anderen teams auch eine chance geben und mal wettmeister deutschlands werden in der bundeslieder tor schon spiel mal fern in hamburg sport mach einfach fair 19 lang hier abläuft 19 lang verlieren 19 lang ein ungeschieden auch 19 lang ist und wir gewinnen wir zeigen unsere leistung hier im schulschau mit leister werden das ist das ziel unseren fans wo es angebildet das macht uns mut und wir zeigen wir hier in trainingszeiten das ist wichtig wenn wir unsere Talente in der bundeslieder entscheiden wir unsere erfahrung einmitteln wo es viel drehs machst und dann gehst du auch mehr fans wie auch gejubelt heißt ohne teams und rostriem wir spielen fair 19 lang hier verliert und gewinnt hoffen wir haben wir spaß diesem turnier wir sind ein team das in deutschlands alle bundeslieder deutschland bundeslieder und drinnenlieder sind auch deutschlands wenn ich bin fair 19 lang hier gewinnt wenn die dfb mannschaft deutschlands spielt muss auch wir spiel von im eu mit spiel leben und wir auch spaß haben diesen turnier und wm mitmachen wm em mitmachen oberleague und und ohne sollen werden wir mehrere dazu kommen und endliche woche gibt es auch deutschland hier gewinnt hoffen wir haben spaß in der bundeslieder deutschland hier gewinnt und verliert hoffen wir haben spaß mit unseren fans und ihren zuschauer hier unsere leister und dem ersten team auffordern welchen kein welchen team seid ich bin deutschland welchen feld bin ich bin der bundeslieder und wenn nur eine leistung in den teams eben fair abläuft wenn nicht fair abläuft wissen warum es halt in der schiegericht mehr kam schiegerichter ist eine regel die dfb hat die regle aufgebaut sicher schiegerichter die dfb hat die regle aufzubauen oder fair wir spielen sollen und das geht leider vor ich wünsche euch einen schönen spaß in der bundeslieder heute abend 18 uhr 30 ist ein bundeslieder und dann würde ich anfangen ist 18 uhr bloß drin wieder zwei liter und bundeslieder und natürlich wünsche ich einen lebens spaß diesen turnier bis zum nächsten mal